St. Martin Adventskalender Nun kommt der Heidenheiland, ist eines der ältesten Adventslieder in unserem Gesangbuch. Martin Luther hat es nach einem alten Hymnus ins Deutsche übertragen. Der große Johann Sebastian Bach muss dieses Lied besonders gemocht haben, denn er hat zwei komplette Kantaten komponiert und fünf Choralbearbeitungen für die Orgie geschrieben. Bei Bach klingt die Melodie so. Musik In seiner Bearbeitung aus dem sogenannten Orgelbüchlein, lässt Bach die Melodie in einem ganz langsamen Tempo erklingen und unterlegt sie mit scharfen Dissonanzen. So wird das sehnsuchtsvolle Warten der Welt auf das Kommen des Heilandes ausgedrückt. Musik 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 flower Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017